Laut belgischen Medienberichten bleibt Borussia Mönchengladbach weiterhin an Hugo Kolpas dran. Der 26-jährige Belgier von KAA Gent wurde bereits mehrfach gescoutet und gilt als einer der möglichen Nachfolger für den im Sommer ablösefreien Marcus Thuram. Und ja, in der Tat wäre Kolpas ein gar nicht mal so uninteressanter Kandidat für die Borussia aus Gladbach. In insgesamt 53 Pflichtspielen bringt er es auf 29 Tore und 8 Vorlagen. Eine, wie ich finde, ganz solide Quote. 20 Tore davon in der Liga, 6 in der Conference League, wo er unter anderem im Hin- und Rückspiel des Viertelfinals gegen West Ham United treffen konnte. In einem der beiden Spiele waren übrigens sogar die Scouts der Borussia anwesend. Was vielleicht gar nicht mal so unwichtig ist, denn in eben diesen Spielen hat er bewiesen, dass er auch Gegenteams aus den stärkeren Ligen treffen kann. Ob er das dann auch konstant in beispielsweise der Bundesliga könnte, müsste sich aber natürlich erstmal zeigen. Nichtsdestotrotz hat er in den letzten beiden Saisons zumindest mal bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. In der Vorsaison waren es übrigens 23 direkte Torbeteiligungen in 36 Pflichtspielen. Zur Spielweise kann man sagen, dass Kolpas zu den Spielern gehört, die sich richtig reinhängen und fürs Team arbeiten. Seine technischen Fähigkeiten sind auf einem guten Niveau und er ist vor dem Tor sehr effektiv. Außerdem ist er auch in der Lage, seine Mitspieler in Szene zu setzen und als Wandspieler zu agieren. Alles in allem also ein Stürmer mit einem sehr guten Profil, welches vielleicht auch ganz gut zu Gladbach passen könnte. Ein potenzielles Problem könnte da allerdings die Ablöse darstellen. Bei einem Marktwert von 8 Millionen Euro und Vertrag bis 2026 wird diese wohl kaum unter 10 Millionen Euro liegen. Allerdings wird man auch nicht viel günstiger davon kommen, wenn man wirklich jemanden holen möchte, der im Idealfall nicht lange braucht, um zu funktionieren. Stellt sich halt nur die Frage, ob er den Sprung von der Belgischen in die Bundesliga schaffen würde. Seine Auftritte in der Conference League und die Tatsache, dass er konstant knipst, sprechen zumindest mal nicht völlig gegen ihn. Dennoch brauchen wir uns nichts vormachen, dass hier natürlich ein gewisses Risiko vorhanden wäre. Aber das ist ja grundsätzlich fast bei jedem Transfer der Fall. Wann hat man im Fußball wirklich eine Garantie für etwas? In den seltensten Fällen, das ist einfach so. Ich für meinen Teil würde sagen, ja, Ugo Kuypers ist ein sehr interessanter Spieler, dem ich den Sprung in die Bundesliga zutrauen würde. Ob ein Transfer final zustande kommt, hängt wahrscheinlich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Und hinzu kommt, dass man am Ende vermutlich zwischen mehreren Kandidaten abwägen wird. Kuypers wird da vermutlich nicht der letzte Name sein, über den wir hier sprechen müssen. Naja, an der Stelle gebe ich jetzt natürlich wie immer an euch weiter. Kuypers und Gladbach. Könnte das passen? Schreibt mir gerne mal eure Einschätzungen dazu in die Kommentare. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.